cool wir haben schon einen richtigen bauernhof mit kühen und so weiter die müssen wir auch wieder vermehren lassen hier eine kleine ork hier feiern und hühner brauchen wir auch noch ein paar mehr hier machen wir auch die tür zu bevor hier irgendein penner rein läuft ich glaube oben haben wir das oben ich weiß kann ich dann zumindest war der tolls hier reinräumen nehmen wir uns lieber hier so 32er ding mit hier drüben haben wir noch stein drin da können wir doch auch den sandstein mal hier drüben reinräumen keine ahnung was die damit anfangen werden so die müssen wir auch noch einsam ein ganzes da haben wir die kartoffeln wir brauchen noch mehr holz ist kalt wenn wir das doch einpacken was wollte ich eigentlich warum war ich hier ich habe schon wieder vergessen ach ja deshalb erde noch mehrere erde noch mehrere erde und noch mehr sandstein und die sonne geht unter wir schauen einmal was sie zu sagen hat ja sehr interessant das epische schwein steht im sonnenuntergang und sieht gut aus so dann gehen wir mal hier keine platte doch haben wir und wir haben uns heute wieder mal den schlaf richtig verdient und den nutzen wir jetzt auch mal aus das geht ja schon was hier guck mal richtig gut gute nacht aber die nacht ist immer so schnell rum hier in minecraft das ist ja wahnsinn ich bin kaum ausgeschlafen schon nach eben habe ich gedacht was ist da draußen los das sind hier die hundis 18 äpfel haben wir schon wahnsinn die können wir hier auch mal auf den ofen hauen also nicht die äpfel sondern das hier auch guck mal ach guck mal müssen auch bald wieder mal kohle holen so wie ich das die so spinnenauke da rein blumen da rein tor hier raus dass da rein so das auch da rein das auch da rein so wird langsam stück hier das heißt wir machen jetzt hier mal ganz viele hier ganz viele hier keine ahnung so vielleicht und dann ach siehste langt wieder nicht auch noch so ein 64 das links so wir werden noch viel zaun brauchen was mache ich denn da ich mir auch ein trottel echt ich bin so verwirrt so verwirrt der kerl so verwirrt und es langt immer noch nicht ach verdammte kacke so tut mir leid ähm ja wie gesagt mein gehirn schläft schon ich bin hier gerade quasi so in trance wo ist die tastatur da warte mal ich kann doch so drücken gut ja das dürfte erstmal lang cool jetzt haben wir auch hundis die uns nachts die ohren kaputt bellen aber ich finde es cool dass so langsam hier leben rein kommt gefällt mir was hab ich denn da gemacht das wollte ich natürlich und die kühe schnaufen da bin ich echt das kann ich gar nicht oft genug sagen das erste mal voll erschrocken als ich wieder so eine kuh stand da hab ich sonst gedacht was da jetzt auf einmal hinter mir ist und da war es eine läppische kuh Kartoffeln Kartoffeln und der Weg so jawoll dann können wir gleich weiterführen hier die Bäume müssen weg Mist so aber dann machen wir als nächstes machen wir hier drüben die Schweine würde ich sagen die Schweine so sind hier schon Karotten fertig? nein doch die sehen fertig aus ich weiß nicht ob die schon fertig sind ich warte mal noch ob die sich vielleicht noch verändern so guck mal du Melone du bist hier falsch gewachsen keine Ahnung was geht schneller beides geht nicht schnell genug so jetzt brauchen wir wieder die Hau und da haben wir sie ah so kriege ich mit Lohnkerne ich hab grad überlegt wie ich mit Lohnkerne kriege äh Melonenkerne 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 da so dann hauen wir die auch mal noch hier schön in die Erde rein das muss alles weg sonst wächst hier nix und hier drüben machen wir jetzt die ähm Pumpkins wie heißen die denn Kürbisse passend zu Halloween kann ich das hier auch noch ändern jetzt ne kann ich nicht ändern ich würde eigentlich gern hier ein Halloween Texte Pack jetzt aber das mach ich in der nächsten Aufnahme einfach einfach nur weil es passt ach komm das machen wir jetzt einfach ganz schnell Moment äh save und quit texture pack äh nehmen wir Halloween oder wir nehmen erstmal das hier los laden schneller du Rechner so ach cool das Holz im Hintergrund 3.30 Uhr habt ihr grad gesehen so weiß ich auch wie viel Uhr wir haben ja äh sieht schon ganz anders aus hier ach das sieht ja auch cooler aus das Holz gefällt mir schick da draußen läuft ne Kuh wieso kann ich hier wieso kann ich die nicht einpflanzen hä da fehlen die Dings oder die Texturen fehlen da also sie scheinen drin zu sein aber ich sehe sie nicht naja Hauptsache sie wachsen so guck mal hier muss ja noch eigentlich äh äh Koraveel na du Kuh so dann machen wir die Kartoffeln und dann machen wir die Schweine würde ich sagen Kartoffel kann ich schon mal von hier Wasser klauen vielleicht so schön ja geht sogar so und dann graben wir den Graben machst den Graben um die Garage da denkt doch das wär Wasser jumpt hinein brutzl brutzl ne warte mal zündl zündl keine Ahnung ob ihr das kennt soo wenn nicht habt ihr eigentlich nicht viel verpasst na los na los na los grab schneller so äh nochmal bitte ja so so gibt es doch ein Stück ich bin gespannt wo sich das hier alles hin entwickeln wird vielleicht bauen wir hier irgendwann eine riesen Stadt also richtige Richtige Hochhäuser und so wenn's thematisch reinpasst ich weiß es nicht so so auf jeden Fall ist es schon ordentlich gewachsen hier und mit dem Berg im Hintergrund und den Wolken die es da grad auftüren sieht es schon richtig nice aus finde ich und wenn da oben dann noch die Berghütte drauf ist vielleicht so ein verschneider Gipfel dann äh wird das schon eine schöne Gegend hier würde ich auch private gerne wohnen so so das Kartoffelfeld kann angepflanzt werden juhu juhu Landwirtschaft ist toll nenn die Ho das aushält Kartoffel 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 wir basteln uns schnell eine Ho wo ist die Sonne da können wir die Kartoffeln noch einpflanzen äh die Kuh müsste mal da raus bitte soll ich sie schlachten ach komm wir lassen sie mal da so so das dürft ihr jetzt erstmal lang Mist so uuuu 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 ups uuuu cool das Feld können wir auch fast füllen jetzt können wir dann auch mal noch Kühe und so füttern aber wir holen uns zuerst Schweine so 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 und hier füllen wir natürlich alles aus bevor hier das Gesindel spawnt die könnten dann eigentlich spawnen auf Gravel soweit ich weiß oder ich habe keine Ahnung aber wie wir einmal hier von der Höhlen erkundungstour zurückgekommen sind hat ja so ein Penner auf Gravel gestanden und soweit ich weiß auf Wasser können die ja nicht und äh auf bestückten Feld sowieso nicht also vermute ich mir mal vermute ich mal dass der hier irgendwo auf dem Gravel gespawnt ist was letztendlich blöd ist für uns wenn hier so Creeper zwischendrin rum rennt so so cool ja da haben wir was geschafft heute würde ich sagen so und dann kommt hier das äh Dingens hin das ist ein Schweine Stellchen ich würde auch hier irgendwo gern noch eine Scheune hinbauen vielleicht kann es dann da hinten irgendwie so eine Scheune äh nein verdammt ach äh geh wir dich auf den Sack komm komm wir ziehen es jetzt ganz durch wenn wir schon dabei sind können wir hier auch erstmal zumachen da kommt hier auch nicht so viel Gesindel rein hier kommt eine Tür hin hier kommt eine Tür hin Tür ach komm jetzt ähm machen wir jetzt so rum als wärst du hier der King so es wird dunkel verdammt so 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 hier haben wir keine Tür äh ach krass ich werde wahnsinnig geh mal ins Bett wie lange nehme ich denn auf Moment ja ich denke äh für heute na doch für heute werde ich mal die Aufnahme beenden wir haben ja doch einiges geschafft heute und äh dann haben wir noch was für die nächste ach guck mal da wachsen sie doch ne ja wir haben ja doch ein bisschen was gearbeitet heute und diese komische Neon Cut sagt uns jetzt es wird Zeit ins Bettchen zu gehen und die Aufnahme zu beenden vielleicht noch eins ein bisschen hier noch ein bisschen Liebe machen Moment wir reißen mal die ganze Scheiße hier raus ach scheiß wir hätten uns hier diese Seerosen mal mitnehmen sollen dass das Zeug nicht ins Wasser reinfällt so Moment das pflanzen wir jetzt gleich an so